Damit sind wir bei den aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland. Sie sehen wie folgt aus. 10.454 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt aber weiter auf 65,0. 486 Patienten mussten mit Covid-19 ins Krankenhaus. Die Zahl der Todesfälle gibt das RKI mit 71 an. 52,6 Millionen Menschen in Deutschland sind komplett geimpft. Die 5-Tage-Inzidenz des LenOCp